Samstag hoffen wir, dass wir ein paar verletzte Spieler zurückkriegen gegen Interaktiv Düsseldorf. Da haben wir uns im Hinspiel schwergetan, war lange eng, vor allem haben wir viele Gegentore gekriegt, auch wenn wir gleich viele Tore gemacht haben. Da versuchen wir uns besser aufzustellen am Samstag und die Gegentorzahl runterzuschrauben. Hoffen natürlich, dass wir wie gesagt ein paar Leute zurückkriegen und personell ein bisschen aus dem Volleren schöpfen können und haben uns taktisch auch wieder etwas einfallen lassen. Hoffen aber natürlich auf die große Unterstützung von euch, die die letzten beiden Heimspiele auch da waren und uns nach vorne gepusht haben. Wir freuen uns auf euch am Samstag.